Dann folgt ihm, muss der Thomas nochmal sein, mit der P-47, und dann kommt der Frau mit der P-47, und dann kommt der P-47, und dann kommt der P-47, das ist der F-400. Und dann mal den Sunderbols, bei der P-47 sehen wir wieder vorne eine sogenannte Razorback, und da hinter eine Doublehead mit der Hauptschrift. Da war Südstapler und Südstapler-Bor, bezeichnet als Tarnes, weil wir unsere Kur-Lachtwege vom Norden stehen, und dann man, die Natur hochkampft, und dann kommt der P-47, und dann kommt der P-47, und dann kommt der P-47, und dann kommt der P-47. Und dann kommt der P-47, und dann kommt der P-47. In den Originalflugzeugen, die anderen sind in Lackierung bzw. in Ausfertigung, wie sie auch original in der Zeit, in der 8. oder 2. Weltkrieg haben. Wir haben den Flug, wie gesagt, außer Italien her. Also, viel Spaß mit den Vieren und ihr habt euch heute. Auf Wiedersehen. Wir rutschen jetzt langsam über die Pisten, hier kommt es zu. Wir rutschen jetzt auf die Pisten. 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 Wir rutschen jetzt auf die Pisten.